Einen schönen guten Abend. Es ist kurz nach 17 Uhr am 16. Oktober 2023. Heute bin ich eingeführt worden oder eingenommen worden in das sogenannte Blindenwohnzimmer einer WhatsApp-Gruppe, die für Blinde explizit gemacht ist. Dort habe ich erwähnt, dass ich neben Windows noch Linux nutze und eigentlich beabsichtige. Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz erwähnt, aber dass ich Linux gut finde und ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, dass ich beabsichtige, ab 2025, wenn Windows 10 ausläuft, kein Windows mehr zu haben. Dann wurde an mich herangetragen, doch mal die Vorteile von Linux im Gegensatz zu Windows zu zeigen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich gleich mal einen Vergleich, auch wenn der natürlich hinten mag, weil Windows ist von Natur aus immer nicht so massiv einstellbar und konfigurierbar wie ein Linux-System. Aber was soll denn der große Vorteil sein? Deswegen habe ich jetzt beide Systeme hier. Ich habe das Windows 10 noch hier. Das klingt dann so. Richtig, das ist noch ein Blinzeln-Arbeitsplatz. Aber darum geht es jetzt gar nicht, ob das Blinzeln oder nicht Blinzeln ist, weil letztlich ist es ein Windows 10. Und wir haben zum Vergleich einen Linux Mint 20 und ich kann nachher nochmal einen Linux Mint 21 zeigen, auch mit der Anna-Stimme, denn das hier hat eine andere Stimme, nämlich die... Rahmen, Text, Schreibtisch, Symbolansicht, Audacity, Desktop-Konfigurationsdatei Petra. So. Ähm... Ja, wie macht man jetzt so einen Vergleich am besten? Zum einen müsste man erstmal sagen, dass ein Windows von Natur aus, wie gesagt, nicht so schön konfigurierbar ist wie ein Linux. Und andererseits, ähm, aber Windows auch ein paar Vorzüge noch hat. Die Vorzüge des Windows gleich mal vorne weg. Deswegen habe ich immer jahrelang gesagt, äh, für mich ist ideal ein Windows und ein Linux parallel zu haben. Denn die Texterkennung, die die Blinden ganz oft brauchen, und das wird sich auch nicht ändern, kann. Es sei denn, sie nutzen ein Smartphone. Das ist immer die bessere OCR unter Windows. Immer. Ähm... Es gibt OCR auch unter Linux Texterkennung, aber die ist bei weitem nie so weitergetrieben worden, wie... vorangetrieben worden, wie es bei Windows der Fall war. Und immer noch ist. Ähm... Wer aber ein Smartphone nimmt und das damit macht, dem dürfte das mit dem Windows irgendwann völlig egal sein. Ähm... Ich kenne auch schon einen, der per Tour auf Mobilgeräte umgestiegen ist und gar keinen Rechner mehr hat. Zwei kenne ich eigentlich mittlerweile schon. Einen aus Hamburg und einen aus Manschnow. Den aus Manschnow kennt man aus der Blindenwohnzimmergruppe. Das ist der Sven. Und ich bewege mich auf großen Schritten auch dorthin, dass ich kein Windows mehr habe. Gut. Noch ist es aber nicht so weit. Ich kann noch den Vergleich bringen und ich kann sogar noch ein paar Sachen einstellen mit euch auf dem anderen Linux-Betriebssystem, was auf lange Sicht dann irgendwann mein erstes System wird, wenn das Linux Mint 21, was bis 2025 unterstützt wird, noch ausläuft. Dann habe ich noch ein Linux Mint 21, das läuft noch bis 2027. Also da habe ich dann noch zwei Jahre mehr. Gut. Also, wir sind jetzt erstmal hier bei der Petra, ähm... und der Anna. Im Windows habe ich also die Anna im NVDA drin. Insofern mache ich jetzt gewissermaßen einen Vergleich zwischen NVDA und Orca. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil Orca ist von Haus aus ein bisschen anders gemacht. Weil, ähm... ich habe... hauptsächlich das Ganze im Einsatz, wenn ich auf Webseiten bin oder im E-Mail-Client. Ähm... wesentlich mehr mache ich dann auch nicht mehr. Manchmal streame ich mir noch was auf dem Google Home, aber das kommt auch nicht so häufig vor. Weil ich immer noch das Smartphone mit dem Google Home verbinden kann. Und dann geht das auch. Oder ich kombiniere das Smartphone mit einem der Bluetooth-Lautsprecher, die ich hier habe. Und das Windows habe ich jetzt auch gerade umgeleitet auf dem Bluetooth-Lautsprecher. Deswegen kann ich es unmittelbar neben dem Linux liegen haben. Und wir fangen jetzt mal einfach an mit Theorie erstmal. Ähm... Natürlich gibt es unter Windows immer Programme, mit denen man sich Sachen vereinfachen kann. Aber die brauche ich unter Linux manchmal gar nicht. Weil Linux Windows von Haus aus bietet. Wie zum Beispiel die Einrichtung jeglicher Tastenkombinationen für irgendetwas auf dem Desktop. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel eine Tastenkombination legen. Dafür, dass ich die Klang-Einstellung schnell erreichen kann. Oder dass ich tatsächlich den Orca-Screen wieder schnell an- und ausschalten kann. Oder einschalten und ausschalten kann. Ich kann auch ein Icon auf dem Desktop legen. Wie bei NVDA auch. Ich kann mir eine Tastenkombination legen. Ich kann alles machen. Ähm... Die Tastenkombinationenlegerei, das machen wir nachher gleich mal. Ähm... Was... Ähm... Bei Linux auch ist, dass wir die Rubriken haben. Ich glaube noch ein bisschen ausgefeilter als unter Windows die Rubriken sind. Und wir können sie auch direkt ansteuern. Es wurde explizit nach den Sprachausgaben gefragt. Deswegen mache ich das jetzt gleich. Die Sprachausgaben... Klar, die Standard ist eSpeak. Stelle ich jetzt nicht vor. Brauchen wir nicht. Ähm... Man kann mit der eSpeak sicherlich arbeiten. Und manche tun es sogar auf dem Smartphone. Also auf dem Android. Kenne ich einen, der mit eSpeak per Tour arbeitet. Weil sie einfach schnell ist. Verstehe ich schon. Aber... Ähm... Viele wollen sie nicht haben. Und ich habe sie auch nicht. Weil ich... Äh... Unter anderem das Kodi Media Center nutze. Also ehemals XBMC. Das war ja mal von Microsoft. Und wurde dann freigegeben irgendwann. Ähm... Es gibt dafür diverse Erweiterungen. Die... Ähm... Entweder Musik... Portale oder... Youtube oder sonst irgendwas ansteuern. Und dafür gibt es auch Anpassungen. Es gibt den sogenannten Kodi Screenreader. Und wenn man den nutzt, dann... Nutzt der Kodi Screenreader diejenige Sprachausgabe standardmäßig. Die auch das Linux nutzt. Das heißt, ähm... Wenn ich nur die eSpeak im Linux habe, nutzt der Kodi auch die eSpeak. Und wenn ich aber keine Breilzeile im Kodi habe, und die habe ich nun mal nicht. Breilansteuerung gibt es da nicht. Weil Kodi eigentlich dafür gemacht ist, dass man aus der Ferne auch mit Fernbedienung steuern kann. Und da hat man einfach keine Breilzeile dran. Wobei man das theoretisch auch sicherlich programmieren könnte. Hat aber nie einer gemacht. Ähm... Deswegen sollte man dann schon eine deutlich sprechende Sprachausgabe da drin haben. Das kann ich nachher auch mal zeigen. den Kodi Screen... Also das Kodi in Zusammenarbeit mit der Anna unter Linux. Gut. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen die Rubriken durch, würde ich sagen. Und gucken uns mal an, was denn da so schönes ist in den Rubriken. Das ist glaube ich so das Sinnvollste. Ähm... Um ein Linux-Betriebssystem mal ein bisschen kennenzulernen. Und was der einem so sagt. Ähm... Wenn wir schon bei Sprachausgaben sind, können wir die Breitzeilen noch kurz besprechen. Es gibt eine Menge Breitzeilen, die von dem Breittreiber unter Linux, der gleichzeitig der Konsolenscreener, Screenreader ist, angesteuert werden können. Das sind viele von Papenmeier. Das sind Zeilen von... Ähm... Handy... Help-Tech heutzutage. Damals früher Handy-Tech. Das sind Zeilen auch von Freedom Scientific. Also die Focus-Zeilen ebenfalls. Das ist die Mantis... Ähm... Mantis Q40. Die ist relativ neu. Ist ein ziemliches Flaggschiff. Ja... Kann ziemlich viel. Und... Ja... Diverse andere Dinge noch. Ähm... Ich habe damit sogar schon Baumzeilen angesteuert. Ich habe... Also Baumzeile habe ich damit angesteuert. Ich habe damit angesteuert... Eine Pappenmeier. Die habe ich jetzt gerade dran. Pappenmeier habe ich hier dran. Steuerung links. Ähm... Rahmen. Tag. Schreibtisch. Oder CT Desktop Konfigurationsdatei. Kaya. Anwendung. Schreibtisch. Rahmen. Ähm... Zur Breidarstellung kann ich am Ende mal was sagen. Das kann man jetzt nicht wirklich vorführen. Weil ich nicht über die Sprachausgabe das ausgeben lassen kann, was auf der Breitzeile steht. Auf der Breitzeile steht manchmal ein bisschen mehr als auf der Sprachausgabe gesagt wird. Ähm... Das ist äh... Das ist äh... Ein... Ein... Unterschied zu... Windows insofern, als dass... Ähm... Windows ja eigentlich versucht, alles sprachlich nachzubilden. Auch NVDA, was auf dem Bildschirm steht. JAWS ebenfalls. Und... Ja... Insofern haben wir auf der Breitzeile manchmal ein bisschen mehr stehen, als auf der Sprachausgabe gesagt wird. Gut. Gehen wir aber mal so ein Menü durch. Es gibt zwei Arten, ähm... Untermate Desktop ein Menü zu haben. Man muss wissen, Linux kann verschiedene Desktops benutzen. Ähm... Der Standard-Desktop eines Linux Mint ist eigentlich Cinnamon, also Zimt übersetzt. Ähm... Der ist aber mit Orca nur eingeschränkt nutzbar. Oder ausgelesen, wird er nur eingeschränkt. Ähm... Deswegen nehmen die meisten Mate Desktop mittlerweile. Oder Gnome. Aber Gnome Desktop ist auch wieder ein ziemlich mächtiges Ding. Das entspricht wieder eher so einem Linux... äh... eher einem Windows 10 oder so. Und das Ding entspricht eher einem Windows 7 vielleicht. Oder Windows XP. Je nachdem. Er hat so ein bisschen Manieren auch von Windows XP noch. Ähm... Ja. Ich hab mal gesagt vorhin, das ist ziemlich anpassbar, das Ganze. Ich kann Tastenkombinationen zuweisen. Das heißt, auch hier kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich mit der Windows-Taste und dem E meinen Lieblingsdateimanager öffnen kann. Habe ich unter Linux Mint 21 noch nicht gemacht. Aber hier habe ich das. Deswegen mache ich jetzt mal an. WDR Nutzerrahmen. WDR Nutzer. Tabelle mit 32 Zeilen. 4 Spalten. Bilder. Order. 28. Dezember 2022. 18.57. Nicht Steuerung links. Genau. Da bin ich jetzt in meinem PCman FM Dateimanager. Der ist sehr vielfältig einsetzbar. Er kann eigentlich sogar als Desktop herhalten. Aber der meinte Desktop reicht mir eigentlich. Der Kaya Dateimanager ist auch schön. Das ist der Standard Dateimanager. Den könnte man theoretisch auch auf Windows E legen. Es ist eigentlich egal, wo man es macht. Das ist eigentlich völlig Wurst. So. Vor allem gefällt mir Linux insofern, als dass ich, wenn ich jetzt die Klang-Einstellungen habe und ich will das auf dem Desktop haben, dann kann ich das relativ einfach machen. Und zwar dann, wenn ich durch das Menü durchgehe. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ich gucke jetzt bloß mal. Ich glaube die Klang-Einstellung habe ich hier schon. Genau. Ja. Wie viel Orca ansagt, kann man auch noch in den Einstellungen von Orca konfigurieren. Den Orca gehe ich irgendwann auch mal wieder durch. Vielleicht, wenn ich im Linux Mint 21 mal mehr einstellen muss. Oder mal danach gefragt wird, dann mache ich das auch mal. Dann gehe ich da mal ein bisschen weiter durch. Können wir auch mal machen. Wollte ich jetzt aber nicht, weil ich erstmal nur den generellen Vergleich bringen will. Sonst würde ich mich zu sehr verzetteln und das Ding würde elendig lang werden. Und wir brauchen nicht ein elendig langes Ding, sondern wir brauchen kurz und bündig. Deswegen. Die Klang-Einstellungen sind hier schon drauf. Ich gehe mal kurz rein nur. Klang-Einstellungen Dialog. Ausgangs-Lautstärke. Horizontaler Schieberegler 45980. Zum Verringern links Pfeiltaste oder zum erhöhen rechts Pfeiltaste benutzen. Mit POS1 wird zum Minimum und mit Ende zum Maximum gewechselt. Genau. Das ist die systemweite Lautstärke jetzt. Und ich habe hier noch angeschlossen eine, also zwei Holzboxen. Die sind strommäßig über USB und rein audio technisch über 3,5 mm Klinke angeschlossen. Das heißt, den Strom kriegen sie über USB, die Audiodaten sozusagen über die Klinke. So. Gehen wir mal wieder raus. Wir wollen uns nicht zu sehr verzetteln in den Einstellungen. Wir wollen einfach mal einen Überblick bekommen. Was gibt's denn da so? Ich habe schon gesagt, es gibt zwei Arten das Menü zu öffnen und im Menü zu suchen. Es gibt zum einen das Windows-Menü, was so ähnlich wie in Windows 7 aussieht. Rahmen Text. Genau. Da wird nicht viel mehr gesagt als Rahmen Text. Um gleich mal einen Unterschied zu bringen. Auf der Breitzeile steht dann sowas wie mintmenu.py Anwendung. Das sagt die Orca-Sprachausgabe gar nicht erst an. Aber auf dem Bildschirm sieht man es und man sieht dann den Cursor und das Zeilen-Ende-Zeichen. Dann kann man hier auch Programme suchen. Wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, Web. Vielleicht mache ich mal was mit Web. Brave Internet Zugriff steht hier. Chromium Web Browser Internet Zugriff Druckknopf. Genau. Dann zeigt er mir an, nach unten weggehend, was er hier so hat. Chromium. Brief in Chromium Web Browser. Falcon. Ein schneller und sicherer Web Browser. Druckknopf. Falcon. Falcon, ja. Firefox Web Browser im Internet. Surfen Druckknopf. Da sagt er auch was. Genau. Das heißt, ich kann hier auch Suchbegriffe eingeben. So ähnlich wie unter Windows auch. Ähm. Alt links. Manchmal muss man da auch ein bisschen suchen oder probieren, was man eingeben kann. Wenn er nichts findet, findet er nichts. Dann sagt er den Rechner nach dem und dem Begriff, den man gerade eingegeben hat, suchen. Dann weiß man, aha, er hat jetzt in den Einstellungen oder in den Apps oder Anwendungen oder was weiß ich nichts gefunden. Man kann aber auch mit Alt F1, das ist ein ganz alter Brauch und ganz alte Möglichkeit, die Rubriken durchgucken. Wir gucken erstmal nur die Rubriken uns an. Was gibt's denn da? Alt Menü. Links und rechts Pfeiltasten zum Navigieren benutzen, um sich durch die Menüpunkte zu bewegen. Hoch und runter Taste verwenden. Genau. Links und rechts steuert quasi in die Untermenüs und nach oben und nach unten innerhalb derselben Menüebene. Wir sind in der höchsten Ebene sozusagen und schalten jetzt mal durch. Büro. Büro. Mhm. Dann. Chromium Apps Menü. Das sind die Chromium Apps, wenn man sich Sachen auf den Desktop einfach legt mit Chromium, dann macht er sogenannte Web Apps draus. Wie man das macht, habe ich irgendwann mal in einem Video gezeigt. Kann ich irgendwann nochmal wiederholen, ist nicht schlimm. Grafik Menü. Grafik, da sind Programme drin. Internet Menü. Internet, ja. Sonstige Menü. Sonstige, ja. Systemwerkzeuge Menü. Systemwerkzeuge, da sind dann so Dateimanager und so ein Zeug drin. Ton und Video Menü. Ton und Video, da findet man dann, wenn man einen VLC installiert hat, einen VLC, da findet man den Celluloid. Celluloid ist der Standard Video und Audio Player unter Linux Mint Mate. Zubehör Menü. Zubehör, da sind auch nochmal Sachen, Dateiverwaltung und sowas drin. Orte Menü. Orte, das sind alle angeschlossenen Geräte und die Festplatten und sowas alles. Auch die internen Festplatten. System Menü. System teilt sich dann auch nochmal auf in Einstellungen und Geräte und sowas. Bildschirmsperren. Zum Aktivieren die Eingabe. Bildschirmsperren, ja. Das kann man auch nochmal über eine Tastenkombination erreichen, aber der ist hier auch drin. Bildschirmsperre. WDR Nutzer abmelden. Dann, dass man den Benutzer abmeldet. Und? Herunterfahren. Herunterfahren. Wobei, herunterfahren jetzt nicht heißt, dass es nur herunterfahren ist. Da sind noch ein paar andere Sachen mit drin. Gut. Ich will jetzt nicht alle Programme durchgehen. Ich will einfach nur mal zeigen, was man bei herunterfahren zum Beispiel so machen kann. Alarm. Möchte Sie den Rechner jetzt herunterfahren? Nein, will ich nicht. Ich kann nach links gehen. Abbrechen. Abbrechen. Neustarten. Bereitschaft. Und das war's. Der zählt jetzt runter. Eine Weile. Ich glaube ein paar 60 Sekunden. Und dann schaltet er sich selber aus. Und wenn ich jetzt nichts machen würde. Ich mache mal Escape, damit ich wieder rauskomme. Und exemplarisch gehe ich mal über Ton und Video. Ich glaube, das ist so das, was sich ein Blinder am ehesten vorstellen kann. Gerade die Audioprogramme. So. Deswegen. Gehen wir mal in Ton und Video. Gehen wir nach rechts. Ab-Tool. Zum aktivieren die Eingabe-Taste. Ab-Tool ist ein Programm zum Erstellen von Audiobooks mit Hilfe von, ich glaube, Mbola Stimmen. Audacious. Audacious ist ein reiner Audio-Player, der ein bisschen aussieht und so ein bisschen arbeitet wie der FUBA 2000 unter Windows. Da sind die Playlisten relativ gut anpassbar und gut editierbar auch. Habe ich zwar lange nicht mehr gemacht, aber geht relativ gut. Audacity. Audacity kennt man unter Windows auch. Das gibt es unter Linux auch. Ich benutze es allerdings eher, um das, was aus der Soundkarte rauskommt, aufzunehmen. Gar nicht mal so sehr für einen Mikrofonanschluss. Kann man auch. Aber ich nutze es eher für den guten alten Stereo-Mix, der hier ein bisschen anders heißt und immer wieder und immer da ist. Also unter Windows ist es ja manchmal mit dem Stereo-Mix ein bisschen knifflig. Da muss man dann mit solchen Sachen arbeiten wie Virtual Audio Cable und so. Braucht man hier alles nicht. Kann man aber irgendwann mal vorführen, wenn es zur Wiederholung oder wenn es gewünscht wird von jemandem. Brazero ist ein Brennenprogramm. Brennen tun wir verhältnismäßig selten in der heutigen Zeit. Aber Brazero habe ich hier noch, falls ich doch mal was brennen will. Celluloid hatte ich schon angesprochen. Das ist dieser Standard Audio- und Video-Player. Also Audio- und Video spielt da ab im Mate-Desktop. Exfalso. Exfalso ist ein ID-Suite-Tag-Editor für MP3-Dateien. Ob er noch andere kann, weiß ich gar nicht. Ich nutze es hauptsächlich, wenn überhaupt, für MP3-Dateien. Und man kann es stapelweise auch machen. Wenn ich jetzt also sage, okay, ich will mehrere Dateien gleichzeitig taggen. Dann sage ich dem, dass der möglichst alle Dateien mit dem gleichen Album-Titel oder sowas taggen soll. Und das kann ich relativ gut machen. Ich mache es zwar selten, aber ich habe ihn hier. Good Vibes ist ein Internet-Radio-Programm, was einerseits eigene Sende hat und andererseits auch anpassbar ist. Ich habe es aber lange nicht mehr benutzt. Ich glaube, ich habe es sogar hier über nicht die Standard-Paket-Verwaltung installiert, sondern über Flatpak. Aber ist ja egal, also installiert habe ich es erstmal. Wie man hier Sachen installiert, darüber kann man auch nochmal reden. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich eigentlich nur erstmal Sachen vorstellen will. Helm ist ein Synthesizer, den man nutzen kann für Musik machen. Und da kann man die PC-Tastatur nehmen. Ob der jetzt auch einen MIDI-Controller schluckt und nimmt, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Das Ding gibt es unter Windows, unter Linux, unter Mac, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt jedenfalls den Helm als Synthesizer. Unter Linux ist er so ein bisschen knifflig, weil er gar nicht ausgelesen wird eigentlich. Aber man kann durchtappen und Enter drücken und gucken und merken, dass da was passiert oder auch nichts passiert. Ob sich was ändert oder nicht. Wer hell-dunkel noch unterscheiden kann oder irgendwie Rest-Series hat, kann da vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Gut. Hypnotics. Hypnotics ist ein IPTV-Programm, mit dem man frei verfügbare oder wie auch immer Fernsehsender gucken kann. Es sind diverse Sender schon integriert. Und man kann natürlich auch eigene M3U8-Playlisten oder M3U-Listen einpflegen. Ist sozusagen der kleine Kodi, wenn man so will. Aber kein richtiges Media-Center, sondern wirklich nur ein Internet-TV-Programm. Klang. Klang sind die Klang-Einstellungen, wo wir schon drin waren. Klang-Umwandler. Klang-Umwandler ist ein relativ mächtiges Umwandlungsprogramm von allen möglichen Arten, von MP4 nach MP3, von Wave nach MP3. Da kann man alles mögliche umwandeln. M-H-Wave Edit. M-H-Wave Edit ist ein schönes kleines Audio-Schneide-Programm und eigentlich auch Aufnahmeprogramm. Hat sich seit einiger Zeit, seit 2018 glaube ich nicht mehr weiterentwickelt, aber kann trotzdem ziemlich viel. und wird immer noch durch die Ubuntu-Gemeinschaft eingepflegt und weitergeschleift von Version zu Version. MP4 Media Player. MP4 Media Player ist auch ein Player halt. Rhythmbox. Rhythmbox ist auch ein Standard-Player, den es schon lange unter Linux gibt, der sehr vieles kann, der auch Podcast abspielen kann, mehr oder weniger zuverlässig. Ich habe es lange nicht mehr ausprobiert. Videos. Videos ist Totem. Ein Standard-Player auch für Videodateien. Kann aber auch Audio abspielen. VLC Media Player. Den kennt man. Da habe ich gerade so ein bisschen die liebe Not, dass er mir nichts auslesen will. Ich will mal irgendwann testen, was unter Linux Mint 21 passiert. Also unter Linux Mint 20 will er mir dann nichts mehr auslesen. Es ist 17 Uhr und 30 Minuten. Genau, das ist die Ur-Anwendung vom NVDA von Windows. Gut. Abtool. Und dann sind wir beim AB-Tool, beim Audiobook Tool. Dann habe ich mal so eine Rubrik durchgeschaltet. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, ich will jetzt unbedingt Videos meinetwegen auf dem Desktop haben, dann sagt man an der Stelle, wo man Videos hört, einfach Kontextmenü. Menü, links und rechts Pfeiltasten zum Navigieren benutzen. Und sagt dem dann, als Starter zur Leiste hinzufügen. So kann man die Eingabetaste drücken. Das wäre zur Taskleiste hinzufügen, wollen wir aber nicht. Als Starter zum Schreibtisch hinzufügen. Zum Schreibtisch hinzufügen. Wenn man das jetzt haben will, macht man es. Ich mache es auch mal. Enter. Plopp. Man merkt zwar nichts, aber es ist was passiert. Und wenn ich jetzt suchen würde Videos. Ja, Quatsch. Nochmal. Man sollte schon richtig eingeben. Dann sieht man das Videos-Symbol auch. Man kann das natürlich wieder löschen auch. Aber im Idealfall macht man sowas ja nicht, um gleich wieder zu löschen. Gott. Also. Das Videos ist hier auch. Das ist der Totem-Player. Man muss nämlich wissen, dass viele Programme einen bestimmten Alias unter Linux haben. Aber auch einen Paketnamen. Man unterscheidet zwischen Paketname und Alias-Name. Das ist unter Android auch nicht anders. Das ist da so ähnlich. Und hier auch. Windows hat sowas dann wiederum nicht. Gut. Bei Windows habe ich, wie gesagt, einen großen Vorteil schon genannt. Das ist die Texterkennung, die da gerade schon wegen des FineReader oder OpenBooks auch relativ gut ist. Ähm. Ja. Dann. Ähm. Was hat Windows eigentlich noch für Vorteile? Ähm. Ja. Ja. Texterkennung habe ich schon gesagt. Ähm. Was er auch ein bisschen besser hat, ist WhatsApp-Anbindung. So. Wenn jemand WhatsApp nutzt, kann er es über Microsoft-Store relativ einfach nachinstallieren. Unter Linux wäre es dann ratsam, die Webseite zu nehmen und die sich als Icon auf dem Desktop zu legen oder sowas. Ähm. Ähm. Ja. Es kann unter Linux mal passieren, dass man mit dem, ja mit sowas wie dem JAWS Cursor, das ist im Prinzip unter Linux die Flat Review oder Flächenansicht. Oder sie heißt da eigentlich nur Übersicht. Ein bisschen, dass man da ein bisschen weiter kommt, als einfach nur mit Durchtappen oder Cursor runter rauf, links, rechts und so weiter. Das kann einem auch passieren, aber unter Windows passiert es einem ja auch, dass man dann mit dem NVDA oder mit dem JAWS noch eher interagieren muss als mit dem anderen. Ähm. Was ich auch sehr mag, ist der E-Mail Client, also der Thunderbird, den finde ich gut. Weil ich sozusagen die Einstellungen vom Linux auch ins Windows übertragen kann und umgekehrt. Das passiert, das ist beim Firefox genauso. Firefox gibt es ja unter Linux auch. Ich habe jetzt den Internetbereich nicht durchgeguckt, glaube ich. Ja, ich habe den so grob durchgeschaltet. Ähm. Als ich nach www oder Web gesucht habe, da kam dann der Firefox auch zum Vorschein. Ähm. Chrome gibt es unter Linux auch und Chromium ebenfalls. Und unter Windows gibt es auch beides. Äh. Ja. Ähm. Ähm. Bei Linux hat man noch den Vorteil, dass man da eine richtige Konsole hat. Also man hat dort eine richtige Kommandozeile mit, ähm, keiner grafischen Elementur, also keine grafischen Elemente. Das heißt, wenn die grafische Oberfläche oben mal streikt, kann man immer noch in der Konsole gucken, ob man da was machen kann. Ähm. Es gibt diverse Nachschlagewerke auch für Linux. Also für mich war jahrelang einfach ein Zusammenspiel zwischen Windows und Linux ideal. Auch gerade als ich das Referendariat gemacht habe, habe ich, ähm, vieles unter Linux gemacht und einen ganz kleinen Teil unter Windows noch. Ähm. Ähm. Wer sich ein Daisy-Buch erstellen will mit Sprachausgabe, ist unter Windows auch ein bisschen besser aufgehoben. Ähm. Es gibt zwar Daisy-Player unter Linux, aber Daisy, ähm, Erzeugerprogramme oder Erzeugungsprogramme gibt es soweit ich weiß nicht. Ähm. Ja. Einfach auch, weil die Firmen das gar nicht mehr unterstützen, so das Linux-Betriebssystem. Ähm. Ähm. Und beim Linux muss man so ein bisschen aufpassen, was man nutzt. Also Ubuntu geht recht gut, ähm, Debian geht einigermaßen und eben Linux Mint, also Linux Mint, Ubuntu, ähm, und Debian sind so die drei Systeme, die die Leute so nutzen in der blinden Community, die ich weltweit sehe. Ähm. Ähm. Und viele sind halt tatsächlich auf Mint und auch vor allem auf Mate-Desktop. Ja. Das ist so grob. Ähm. Das ist so grob. Ins Detail kann man irgendwann mal weiter gehen. Ich wollte nur noch mal so einen groben Einstieg bringen. Damit man die, ähm, Anna jetzt auch noch mal hört, gehe ich in das andere System noch mal rein, in den Linux Mint 21. Ja, jetzt hat, hat jemand bestimmt von euch dieses Ding Dong gehört. Das ist der ähm, Alternativ-Screen wieder unter, ähm, unter der Konsole. Moment, ich muss jetzt mal schnell schalten. So. Ähm. Ähm. Der Fenrir-Screen wieder ist das gewesen. Den man, ähm, auch sehr gut konfigurieren kann. Der so eine Alternative ist zum Brady-TY. Auch. Gerade was die Sprachausgabe betrifft. Ähm. Ich lasse jetzt nur das andere Linux mal hochfahren. Wer sich über die Geräusche wundert, äh, das ist das Zusammenspiel zwischen SSD und den angeschlossenen Boxen. Da ist irgendwas nicht richtig abgeschirmt. Ähm. Deswegen klingt das alles ein bisschen seltsam. Gott. Der kommt standardmäßig deswegen ohne Orca hochgefahren, weil ich meistens von hier aus in den Kodi-Square wieder gehe. Oder in den Kodi überhaupt. Und damit wir die Anna mal in äh, äh, Aktion hören, gehe ich mal in den Kodi rein. Fenster. Hauptmenü. Punkt Fenster. OK-Dialog. Extrem Support-Informationen. Ihr Internet-Anbieter zensiert ihren Internet-Zugang. Um sich vor der Zensur zu schützen, empfehlen wir euren DNS-Dialog. Server auf die von Google 8,8, Fenster. Hauptmenü. Punkt 9 Elemente. TV. So. Ich habe das jetzt mal abgebrochen. Ähm. Man hört also auch, dass der Kodi-Screenreader auch vorliest, was in den Dialogfeldern steht. Der Kodi-Screenreader ist aber nicht standardmäßig mit dabei, sondern den muss man immer explizit rein installieren und aktivieren. Da braucht man dann leider mal zur Not sehende Hilfe, wenn man es nicht anders hinbekommt. Ähm. Manchmal versuche ich es auch mit der, mit dem Lookout, also mit Texterkennung. Ähm. Sowas eigentlich wie Seeing AI. Ähm. Was ich sehr interessant finde, ist, da, ich habe jetzt gerade den Orca nicht an unter Linux, aber ich sehe trotzdem auf der Breitzeile das Wort Kodi, dass ich im Kodi bin. Wie der das hinkriegt im Linux Mint 21, das fasziniert mich irgendwie. Aber, gut. Ähm. Ich schalte jetzt mal durch den Kodi, um mal die Anna euch zu zeigen. Xtrium. Xtrium. Dokus. Music. Radiostube. Xtrium. YouTube. Genau. Ähm. Ich gehe mal in das Ausschaltmenü. Fenster. Ausschaltmenü. Verlassen. Ausschalten. Benutzerdefinierter Ausschalt-Timer. Bereitschaft. Neustart. Einstellungen. Genau. Also hier kommt die relativ deutlich. Hauptmenü. Punkt. Neun Elemente. YouTube. Genau. Und diese Voxen-Stimmen kann man halt bei oralux.org kaufen. Früher gab es auch die IBM-Stimmen, aber die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die haben sich jetzt hauptsächlich auf die Vocalizer fixiert. Und je nachdem, welche Qualität man kauft, also Compact oder High, also hochqualitativ, kostet das eben so maximal 30 Euro. Also nur ein paar 29 Euro oder irgendwas. Ähm. Ist dafür, dass die Stimmen unter Windows viel teurer sind, eigentlich fast nichts. Das Ding ist nur, man muss es mit Paypal machen oder mit irgendwas. Man kann es leider nicht mit Lastschrift oder Bankeinzug oder irgend sowas. Da geht es leider nicht. Na gut. Ähm. Das nur mal, um die Anna in Aktion zu sehen. Fenster, Ausschaltmenü, Scan neu laden, Einstellungen, Neubereitschaft, Neustart. Ähm. Ja. Ich gehe mal raus. Oh, pfff. Ich gehe mal aus dem Ding raus, verlasse das Ding mal. Und starte den Orca mal. So, jetzt habe ich hier natürlich nicht so angepasst wie unter Windows, äh, wie auf dem anderen Linux, weil ich hier selten was vorführe. Deswegen ist das hier relativ schnell eingestellt. Man kann die Geschwindigkeit natürlich auch runterstellen. Ähm. Und kann wie beim NVDA auch die Einstellungen übernehmen. Übernehmen heißt hier allerdings nicht übernehmen, sondern anwenden. Weil es nämlich Apply heißt. Und Apply heißt anwenden. Hier wird alles eigentlich relativ wörtlich übersetzt. So auch nicht Desktop, sondern Schreibtisch. Wie wir schon hören. Ähm. Genau. Ähm. Ja, das ist glaube ich so grob das, was man hier hat. Ich habe hier auch schon so ein paar Icons drauf liegen. Ähm. Ich kann ja mal, damit es plastisch wird, den Dateimanager auf die Taste Windows plus E legen. Das habe ich hier nämlich noch nicht gemacht. Und dann zeige ich das mal, wie man das hier macht. Tastenkombination. Ich glaube, ich habe für die Tastenkombination das Icon hier noch nicht drauf. Deswegen suche ich jetzt mal in dem Linux eigenen Menü hier. Und auch mit dem mit der Windows-Taste. Rahmentext. Rahmentext. Kennen wir schon aus dem Linux-Min 20. Jetzt sind wir also im Textfeld und da schreibe ich dann mal Tastenkombinationen. T-A-A-S-A-T-E-T-N-K-O-M-B-I-N-A-T-I-O-N-E-N. Enter. Schreibt. Tastenkombinationen-Dialog um ein Tastaturkürzel zu ändern. Doppelklick in die zugehörige Spalte und drücken der gewünschten Tastenkombination. Um eine Tastenbelegung zu löschen, die Backspace-Taste drücken. Barrierefreiheit. Ausgeklappt 3 Objekte. STRG plus Alt plus ESC. Baum Ebene 1. Okay. Gut. Ich mache mal eine neue Tastenkombination. Windows E haben wir hier nämlich noch nicht. So. Also. Machen wir jetzt folgendes. Wir machen eine neue Tastenkombination. Tappen mal durch. TAP. Hilfe Druckknopf. TAP. Hinzufügen. Hinzufügen steht hier. Na dann. Individuelle Tastenkombination Dialog. Name Doppelpunkt. Text. Name. Dort beschreibt man eigentlich was. Wie man das Ding nennen will. Ich sage dann irgendwie meistens das und das Programm starten oder so. Deswegen sage ich jetzt PCMAN.FM starten. P. P. M. A. N. F. M. St. A. R. Text. Befehl. Hier kann man dann den entsprechenden Befehl reinmachen. Da das Programm nur PCMAN.FM heißt. Schreibe ich da auch PCMAN.FM einfach rein. P. C. M. A. M. F. M. St. B. TAP. Anwendung durchsuchen. Druckknopf. A. TAP. Abbrechen. TAP. Anwenden. Anwenden. B. So, jetzt habe ich aber nur den Eintrag erst mal gemacht. Ich habe aber noch keine Tastenkombinationen zugewiesen. Das mache ich jetzt, indem ich ganz nach unten gehe. Genau, hier steht noch Deaktiviert. Wir gehen mal nach rechts. Drücken da Enter. Und jetzt drücke ich einfach die Tastenkombinationen, die ich haben will. Also, Windows E. Und jetzt passiert gleich folgendes. So. Hm. Ich weiß jetzt bloß gerade gar nicht. Ne, hä? Windows E? Mal gucken. Eigene Tasten. Mönchen starten. Mod 4 plus E. Warum Ebene 2? Mod 4 plus E. Linux nennt die Windows-Taste niemals Windows-Taste. Niemals. Und vor allem sollte man, nachdem man die Tastenkombinationen eingedrückt hat, einfach mal kurz aus dem Menü rausgehen. Also, ich habe es jetzt mit der Windows-Taste gemacht und dann wieder rein. Unter Orca funktioniert das anders. Wenn ich da eine Tastenkombination drücke, die ich haben will, dann sagt er, aufgezeichnete Tastenkombination ist die und die. Irgendwie drücken Sie Enter, um das zu bestätigen oder so. Das macht der hier nicht. So, Windows E heißt hier also Mod 4 plus E. Wer Linux-Literatur liest, wird für die Windows-Taste noch eine andere Bezeichnung finden. Das ist dann die Super-Taste. Aber nicht, weil sie so super ist, sondern weil sie sich unterscheiden soll vom Windows und trotzdem benutzbar sein soll. So, sie ist nicht so super, sondern sie ist einfach, sie heißt so. TAP, Hilfe-Druckknopf TAP, hinzufügen, TAP, entfernen, Druckknopf TAP, schließen, Druckknopf TAP, schließen. So, und jetzt drücke ich mal Windows E und gucke mal, ob das passiert, was passieren soll. Tabelle mit 60 Zeilen, 4 Spalten, Punkt Cash, Ordner, 014.2023, 12.29, nicht ausgewählt. Cache, Ordner, bla bla bla, okay. Ich gucke mal, ob wir auch im PC-Man-FM sind, indem wir einfach über Hilfe reingehen. Alla, Hilfe-Menü, über Tastatur-Navigation, über Enter, über PC-Man-FM-Dialog, schlanker Dateimanager unter Nutzung von PC-Manager. Schlanker Dateimanager und so weiter. PC-Man-FM haben wir auch gehört. Wir sind also richtig. So, mehr mache ich jetzt für heute nicht, weil sonst müsste ich tiefer ins System eingreifen und sagen, die Ansagen kommen deshalb und warum und wieso und weshalb und warum man die und die Sachen jetzt gerade angezeigt bekommt und so. Das machen wir jetzt mal noch nicht. Wir wollten nur mal einen Vergleich haben. Verschiedene Dateimanager kann ich übrigens unter Windows auch haben. Mal davon abgesehen. Ich kann das trotzdem haben. Ich mache mal den Orca hier wieder aus. Genau. Habe ich auch mal eine Tastenkombination festgelegt. Im Prinzip die gleiche, die NVDA auch hat. Und ich gehe gleich auch wieder ins andere System, sonst habe ich keinen WLAN, weil ich das WLAN hier über Hotspot laufen lasse, weil ich der Einzige bin, der WLAN nutzt in der Familie. Gut. Ich werde ja auch irgendwann mal auf dem anderen Linux ein WLAN einrichten müssen, WLAN Hotspot, wenn das Linux Mint 21 dann aktuell wird sozusagen und das Linux Mint 20 ausläuft. Während wir ins andere System fahren, mal kurz noch ein Wort. Wie komme ich eigentlich an ein Linux System ran? Das ist vielleicht die Hauptfrage für jemanden, der das Ding noch gar nicht hat. Es gibt eine Seite, die sammelt alle möglichen Linux Betriebssysteme auf und verlinkt die. Das ist distrowatch.org, glaube ich. Also distrowatch heißt das Ding auf jeden Fall. Und dieses distrowatch Neue Benachrichtigung von Google Podcasts Forschung, aktuell Wissenschaftsmeldung im 16. Oktober 2023. Ja. Ich wundere mich gerade über was anderes. Warum ist denn die Breitzeile hier nicht mitgekommen? Hm. Warte mal. Machen wir das mal. Mal sehen, ob wir die Breitzeile wieder reinkriegen. Ah, jetzt. Ich habe den Bildschirmleser einfach nochmal neu gestartet und jetzt ist die Breitzeile mitgekommen. Das passiert manchmal. Hm. Okay. Gut. Ich hatte erst das Gefühl, ich hatte mich vertippt, aber anscheinend doch nicht. Gut. Also. Wie komme ich an sowas ran? distrowatch.org oder .com, müsste man jetzt genau rauskriegen, ist die Seite, wo alles auf Englisch dasteht, welche Linuxe es gibt. Aber nicht jedes Linux ist barrierefrei. Oder nicht jedes Linux kann genutzt werden von einem Blinden. Ähm. Es gibt ein für Blinde optimiertes Linux, allerdings hat das sehr viele Zusatzsoftware drin. Sehr, sehr viel. Unter anderem auch Musiksequenzer und weiß ich nicht was alles. Ähm. Man kann diverse Programme auch installieren von denen. In sein eigenes Linux Mint hinein zum Beispiel. Also in alles, was Ubuntu basiert ist, kann man das rein installieren. Ähm. Ich will nur vorwarnen, wenn jemand anfängt und sagt, ja ich guck mir mal an, welche Linux es gibt. Äh. Könnt ihr gerne machen. Wundert euch aber nicht, wenn es Linux-Systeme gibt, die nicht, die kein Screen wieder enthalten. Ähm. Es gibt manchmal auch Linux-Betriebssysteme. Ich hatte mal, in der Zeit, wo ich sehr viel ausprobiert habe, hatte ich mal ein Linux-System gefunden. Das war Q4OS oder Q4OS. Ähm. Das hat meine Breitzeile zwar angesteuert, ich konnte an der Breitzeile lesen, aber Sprachausgabe gab es nicht. Ähm. Q4OS oder Q4OS ist ein sehr schmalspuriges oder sehr schlankes Linux. Ich habe das nie bis zum Ende ausgetestet. Ich habe nur gemerkt, dass der Installer mit Breitzeile hochfuhr. Ähm. Also, es gibt durchaus Einschränkungen. Ähm. Wenn man jetzt Breite und Sprache haben will, nach Möglichkeit, entweder ein reines Ubuntu, Ubuntu Mate oder Ubuntu Gnome mit Gnome-Desktop. Also Ubuntu, ohne Zusatz ist immer das mit Gnome. Ubuntu Mate ist klar, da ist der Mate-Desktop drin. Und Linux Mint hat auch ähm, mehrere Arten. Da gibt es Linux Mint mit Cinnamon Desktop, der ist nicht zu empfehlen. Mit Mate gibt's. Ähm. Und mit KDE, glaube ich. Und Linux Mint Debian gibt's noch. LMDE. Ähm. Aber Linux Mint Debian, da bin ich mal nicht glücklich geworden mit. Aber das muss nichts heißen. Der ist eigentlich durchinstalliert gewesen, aber das Updaten hat dann Probleme gemacht. Ähm. Aber gut. Also, man kann sich durchprobieren. Man kann sich auch mit virtuellen Maschinen durchprobieren, wer das machen will. Wie man virtuelle Maschinen aufbaut, habe ich auch mal gezeigt, unter Linux allerdings. Unter Windows nutzt man landläufig, ähm, eigentlich, VirtualBox. und da Linux kann man da ein bisschen was anderes nutzen. Da kann man dann Kemu KVM nehmen. Oder überhaupt, ja, Kemu KVM entweder mit Kommandozeile, einfach gleich, oder Kemu KVM in Verbindung mit Word Manager und hat dann die grafische Oberfläche oben drauf und kann über die grafische Oberfläche auch Betriebssysteme installieren und virtuelle Maschinen erstellen, also virtuelle Computer. Ähm. Aber wer soweit noch nicht ist, kann das auch einfach, ähm, so ein bisschen ausprobieren. Ähm. Ja. Aber nicht jetzt denken, ach, ich habe jetzt was auf der, weiß ich nicht, auf einem USB-Stick, ähm, draufgeschrieben mit irgend so einem USB-Image-Writer oder so und ich starte jetzt meinen Rechner und der fährt einfach gleich mit dem Linux hoch. Ähm. Das wird nicht so einfach klappen. Es sei denn, euer Rechner ist noch so konfigurierbar, dass ihr das Starten von USB als Standard definiert habt und noch, und konntet das noch einstellen, relativ einfach, dann geht's oder jemand von euch weiß, wie man ins Boot-Menü kommt bei eurem Rechner und von da aus kann man's dann auch. Ähm, das muss man immer so ein bisschen durchprobieren am Anfang, wenn man das mal machen will. Ähm, ja. Also, man kann sich nach Lust und Laune mal durchprobieren. Da ist nichts gegen zu sagen, aber, äh, nicht enttäuscht sein, wenn mal etwas nicht so läuft. Deswegen empfehlen tue ich immer eigentlich an erster Stelle Linux Mint, weil es ähm, in vielerlei Hinsicht einfacher ist. Die Softwareverwaltung, ähm, von Linux Mint ist zwar ein bisschen, naja, nicht ganz mehr so einfach, wie sie mal war, aber, äh, da man ja meist, auch auf anderen Wegen installieren kann und nicht unbedingt über den Softwaremanager gehen muss, ähm, kann man das auch meistens installieren über die Kommandozeile, die es selbst in der grafischen Umberfläche sogar gibt, als Terminal, wie beim Mac auch. Beim Mac-Rechner gibt's ja auch das Terminal und das gibt's hier eben auch. Und für das Terminal gibt's sogar eine Tastenkombination als STRG-T unter allen Ubuntu-basierten Betriebssystemen. Gut. Das soll's für heute gewesen sein. Es reicht. Ähm, und gerade dieses Terminal habe ich zwar unter Windows schon, aber ich hab unter Windows, wenn da nichts mehr läuft, keine Konsole unten drunter. Das heißt, ich kann da nichts mehr machen. Und wenn hier die grafische Warfläche mal nicht hochfährt, habe ich immer noch die meist Breil-basierte Darstellung und zeilengerechte Darstellung in der Kommandozeile. Immer wird irgendwann was angezeigt sein. Was ich leider nicht habe, ist die Betriebssystemauswahl, weil der Bootmanager an sich nicht barrierefrei ist an sich. Ich muss dann manchmal auch durchprobieren, wo ist jetzt das eine oder wo ist das andere Betriebssystem. Das ändert sich manchmal auch in der Bootreihenfolge, aber das merke ich dann immer an der Stimme, deswegen habe ich auch zwei verschiedene Stimmen in den beiden Betriebssystemen, damit ich das immer unterscheiden kann. Zur Not kann ich zweimal in der Konsole nachgucken. Die jeweiligen Konsolen erreicht man, wenn man aus der Grafischen heraus will, mit Altsteuerung und dann F1 bis F6. Ab F7 gehen dann die Grafischen los, also F7 ist Altsteuerung und F7 ist dann schon die Grafische Oberfläche. Genau. Das ist dann schon die Grafische Oberfläche jeweils und dann geht das auch. Manchmal ist es auch Altsteuerung F8. Es gab mal ein ich glaube von anderen Blinden erstelltes Linux, das war Sonar Linux, da gab es sogar zwei Grafische Oberflächen, die sind dann auf Altsteuerung F7 und Altsteuerung F8 gewesen, zwei verschiedene, das war auch sehr lustig, aber gut. Ja, so viel dazu erstmal. Wir können ja vielleicht irgendwann mal einen Schritt weiter gehen noch. Das gleiche kommt bei mir nochmal ins YouTube hinein und ich habe jetzt bewusst nicht so am Windows so viel vorgeführt, weil es mir eher um das Linux ging. Natürlich kann ich im Windows genauso suchen mit Suchbefehlen aber und ich kann auch Sachen auf dem Desktop legen sicher und auch Einstellungen aber das Ganze ist nicht so einfach weil man da immer Befehle sich raussuchen muss dass man mal Befehle auch für Linux raussuchen muss aus dem Internet kommt auch vor natürlich da ist jetzt nicht so dass man da nie was raussuchen muss um Gottes Willen aber hier muss man es doch eher Startfenster Suche für Desktop Liste V2 Arbeitsplatz 1 1 von 96 Kamera ausgewählt eV ausgewählt Vorschau hintere Kamera ausgewählt 1 Belichtung Korrektur 1 ISO Empfindlichkeit 1 Verschlusszeit 1 Schärfe Auto Ausgewählt 1 Weißabgleich Histogramm 55 Light Modus Schießen Sie ein Foto Pause zum Aktivieren Doppelt Auslöser